Heute sprechen wir darüber, wie du realistische Erwartungen für das neue Schuljahr setzt, so dass du nicht gleich denkst, boah, ich schreibe jetzt hier nur noch die und die krassen Noten und wirst dann im Endeffekt die ganze Zeit nur enttäuscht. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auch wenn ich es immer sehr stark befürworte, ambitioniert zu sein, große Ziele zu setzen, wirklich durchzuziehen und einfach aus der Schulzeit, vor allem aus der Oberstufe, das Maximum rauszuholen, ist es trotzdem wichtig, dass man lernt, wie man überhaupt sinnvolle, erwartungsgemäße, ja oder sinngemäße Erwartungen setzt, weil wenn du das nicht tust, dann ist es sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass du dir ein unglaublich großes Ziel setzt und dann eine sehr große Fallhöhe hast und dann vielleicht einfach nur enttäuscht wirst. Deswegen jetzt, wie überlege ich mir, was sind sinnvolle Verbesserungen, die ich in Bezug auf das neue Schuljahr vornehmen möchte, woran messe ich das und auch in welcher Zeit, ja, da kann ich euch natürlich mit meiner ganzen Erfahrung jetzt, weil ich jetzt so viele Schüler auch schon betreut habe und auch gesehen habe, wie sehr können sich Schüler verbessern, vielleicht auch sehr gute Richtwerte geben, damit ihr euch weder zu hoch noch zu niedrig einschätzt. Bevor ich das aber mache und euch ein paar Gedanken damit auf den Weg gebe, wo ich sage, okay, wenn du gerade so in dem Notenbereich bist, dann kannst du innerhalb von der und der Zeit meiner Meinung nach so im Durchschnitt auf den und den Notenbereich kommen, würde ich euch kurz davor für eine bestimmte Personengruppe von euch eine Sache vorneweg sagen und zwar, wenn du vom Typ, von der Persönlichkeit her relativ ähnlich zu mir bist, also sehr direkt, sehr gerade vorne raus, auch so ein bisschen so der Gewinnertyp, der vielleicht auch nicht so viel Angst davor zu scheitern und für den es auch nicht so ein großes Problem ist, ein Ziel mal zu verfehlen und der, wenn er mal einen vermeintlichen Rückschlag hat, damit extrem gut umgehen kann und dann eigentlich auch sofort weitergeht. Wenn du dich in dieser Kategorie siehst, dann würde ich nicht so sehr auf das hören, was ich jetzt im Anschluss sage, dann würde ich sogar nach dem, was ich jetzt gleich sage, dann das Video ausmachen, weil das andere hat dann nicht mehr so den Sinn für dich und kann dich eher nur ein bisschen runterziehen nochmal, weil natürlich ist es so, angenommen, du bist jetzt auf, selbst wenn du jetzt auf 3,5 stehst, ja, und du aber dieser Persönlichkeitstyp bist, dann kann es trotzdem sein, dass es für dich Sinn macht, dass wenn du Bock darauf hast und wenn du es auch nur irgendwie in deinem Kopf für realistisch betrachtest, auf einmal zu sagen, ich will jetzt 1,5, ich will jetzt 1,3, ich will jetzt vielleicht sogar 1,0, was auch immer. Weil, was bei diesem Persönlichkeitstyp ganz, ganz wichtig zu verstehen ist, dieser Persönlichkeitstyp braucht einfach nur möglichst große Ziele und dann wird ja alles reinwerfen, dieses Ziel zu erreichen, erreicht es vielleicht auch oder zumindest zu einem guten Anteil und verurteilt sich aber im Nachhinein nicht dafür, wenn er dann nicht genau das Ziel erreicht hat. Deswegen, wenn du dieser Persönlichkeitstyp bist, setzt dir einfach das größtmögliche Ziel, was für dich ansatzweise realistisch ist und worauf du sagst, ja, da habe ich Bock drauf, mir das vorzunehmen, dann setzt dir das und hau einfach alles rein und hör nicht auf das, was ich jetzt im Anschluss sage. Denn das ist jetzt für alle anderen, sage ich mal, was denke ich die meisten sind, die sich einfach ein Ziel setzen möchten, wo sie das Gefühl haben, okay, da habe ich ein gutes Gefühl und da weiß ich auch, wenn ich was dafür mache, dann komme ich da auch hin. Deswegen ist da jetzt die Frage, was ist so ein sinnvoller Richtwert. Wenn du persönlich jemand bist, das wäre jetzt nochmal so das Gegenteil zu dem vorherigen Persönlichkeitstyp, den ich gerade beschrieben habe, wenn du das Gefühl hast, egal welches Ziel du dir setzt, also auch wenn das nur 0,1 Besser ist, setzt dich immer unter Druck und du bist dann immer total defensiv und hast das Gefühl, du kannst gar nicht mehr lernen, weil du Angst hast, eine schlechtere Note zu schreiben, als du es dir vorgestellt hast, dann kann es in dem anderen Extremfall auch sinnvoll sein, sich gar keine Ziele zu setzen und einfach immer sein Bestes zu geben. Deswegen da ein bisschen schauen. Aber die meisten sind sicherlich irgendwo dazwischen. Für euch jetzt eben an der Stelle ein paar Richtwerte. Ich würde sagen, wenn du in der Kategorie gerade so weiterkommen bist, das heißt, du hast so einen Schnitt vielleicht von 3,0 bis 4,0 eben, hast vielleicht auch mal die Klasse schon mal wiederholen müssen oder auch die Stufe, dann ist es, man kann es auch nicht hundertprozentig pauschal sagen, das heißt, es ist schon auch wichtig zu verstehen, warum. Warum bist du in diesem Notenbereich? Ist es zum Beispiel so, dass du die ganze Zeit am Schreibtisch sitzt, aber es einfach nicht schaffst, in Mathe besser zu werden, du schaffst einfach nicht in Deutsch besser zu werden. Das heißt, du willst wirklich, aber du schaffst es nicht. Dann kann es sein, ja, und ich meine, manche Leute erzählen ja, oh, in der Schule hat es überhaupt nichts mit Intelligenz zu tun. In der Oberstufe und auch im Abitur ist Intelligenz nicht so wichtig, aber es hat schon einen gewissen Faktor. Und wenn du dich einfach in manchen Fächern schwer tust, kann es an deiner Intelligenz liegen oder es liegt an deiner Lernstrategie. Das sind eigentlich so die zwei Möglichkeiten. Dass wenn du viel tust und trotzdem nicht die Resultate bekommst, sind das so die zwei Möglichkeiten. Wenn du das Gefühl hast, okay, ich kriege es einfach wirklich nicht hin, ich habe wirklich das Gefühl, die Gehirne der anderen arbeiten schneller, dann würde ich da mit Zielen einfach ein bisschen vorsichtiger sein, aber überleg dir auch wirklich ernsthaft, ob es an deiner Intelligenz liegt. Weil ganz oft haben wir einfach nur ein Selbstbild aufgebaut, dass wir einfach zu dumm für Mathe sind, aber es liegt nur an der Lernstrategie. Oder wir können vielleicht auch supergut Mathe lernen und dann in der Prüfung können wir es nicht abrufen. Deswegen, die wenigsten von euch, die denken, es liegt an der Intelligenz, bei denen liegt es auch wirklich an der Intelligenz. Bei den allerwenigsten. Also merkt euch das ganz, ganz stark. Aber auch zum Beispiel Lernstrategien, Mathe zu verändern, ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht bei uns im Coaching seid oder wie auch immer, auch die Lehrer werden euch nicht die besten Tipps geben. Das heißt, da kann es manchmal ein bisschen schwierig sein, das so sofort zu verändern. Das heißt, wenn du schon viel machst und du in dem Bereich bist, dann würde ich dir empfehlen, versuch einfach nur, dir keine mentale Blockade aufzubauen. Ich würde jetzt an der Stelle nicht dann sagen, okay, ich will jetzt 2,5 oder 2,0 schaffen, weil wenn du es eh die ganze Zeit schon versuchst und du es immer noch nicht geschafft hast, wird meistens der Fakt, dass du dir dann neue Ziele setzt und du dann vielleicht wieder nicht erreichst, wenn du nichts veränderst, außer, dass du einfach weiter noch mehr Gas kippst, dann kann es extrem frustrierend sein, einfach dazu auch führen, dass du das Gefühl hast, du schaffst es nie und zum Beispiel auch einfach die Schule abbrichst. Ja, deswegen da ein bisschen vorsichtig sein. Wenn du aber weißt, okay, ich habe gerade richtig schlechte Noten, aber es liegt nicht daran, weil ich es nicht check oder weil ich nicht weiß, wie ich das lernen soll, es ist einfach nur, weil ich unmotiviert bin, dann kannst du dir auch gerne richtig ambitionierte Ziele setzen. Ich würde jetzt an der Stelle nicht in 1er-Bereich gehen, ja, das ist meistens ein bisschen übertrieben, auch nicht in guten 2er-Bereich. Das heißt, ich würde so ab 2,0 anfangen. Wenn du wirklich das Gefühl hast, ganz ehrlich, ich war einfach die ersten 10 Jahre meines Schullebens einfach super faul, aber jetzt in den letzten zwei Jahren will ich richtig Gas geben und ich weiß eigentlich auch, dass wenn ich mich anstrengen würde, ich besser sein würde, dann kannst du dir gerne 2,0 als Ziel setzen. Das ist keine mega unübliche Entwicklung, von 3,6 auf 2,0 zu gehen. Ja, das ist eine mega gute Leistung. Das schaffen nicht viele, weil halt die wenigsten, die in dem Notenbereich sind und unmutig wird sind, irgendwann sagen, boah, jetzt will ich aber Gas geben. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, du willst jetzt wirklich gravierend was verändern, also wirklich einen Unterschied von 10% auf 95%, dann kannst du das in jedem Fall meiner Meinung nach schaffen. Dann kommen wir zum Beispiel in den Notenbereich, wo die meisten von euch sich irgendwie auch befinden, oder weil die meisten von euch sind ja eher schon in den besseren Bereichen, wenn du so zwischen 2,0 und 3,0 liegst. Da ist es ein bisschen tricky, weil viele von euch haben einfach nicht die Identität als Einser-Schüler. Das heißt, sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie es ist, einen Eins-Kommaschnitt zu haben. Haben vielleicht auch verschiedene Ideale, da werde ich auch noch ein Video dazu machen. Das muss ich mir unbedingt aufschreiben. Blockaden, was davon abhält, Einser-Schüler zu werden, das wird ein sehr geiles Video, könnt ihr euch drauf freuen. Ich liebe es übrigens, wenn ich ein Video mache und dann werdet ihr merken, dazu muss ich auch ein Video machen. So komme ich übrigens auch auf die ganzen Videoideen. Und wenn du da merkst, wie gesagt, das werde ich dann in dem Video ein bisschen genauer thematisieren, aber es ist super, super wichtig, dass du dich da kritisch hinterfragst, weil es ist ab dem Zeitpunkt, ich sage mal so, wenn du 3,5 hast, ob du dann auf 2,4 gehst oder auf 2,7, ist nicht so der große Unterschied. Aber ob du halt auf 1,4 oder auf 1,7 gehst, das wird halt immer anstrengender. Der Unterschied, ob du ein 1,0 oder ein 1,1 Abi hast, ist viel größer, als ob du ein 3,7 oder ein 3,8er Abi hast. Das ist super, super wichtig zu verstehen. Deswegen, wenn du dich in dieser Reihe befindest, 3,0 bis 2,0, dann würde ich mir ehrlich gesagt mich erstmal hinterfragen, was sehe ich für mich selbst überhaupt als realistisch. Und das aber dann, und das ist das Wichtige, weil da hier machen die meisten den Fehler, das dann nicht als die Grundlage sehen, für das Ziel auch. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt einen 2,4 Schnitt, was sehe ich realistisch für mich? Ja, vielleicht 2,0. Dann ist das kein Grund, dass du nicht zum Beispiel 1,6 schaffen könntest. Und genau die Schüler in dem Bereich möchte ich jetzt eben zur folgenden Aufgabe motivieren. Überlegt euch mal, macht mal einfach mit, überlegt euch den Schnitt, wo ihr sagt, okay, das traue ich mir zu, dass ich das zum Beispiel in diesem Schuljahr am Ende oder insgesamt oder wie auch immer schaffe. Und wenn es jetzt, egal was jetzt ist, ob das 1,8 ist, 2,0, 1,6, 2,4, egal. Überlegt euch mal den Schnitt. Und jetzt schalte ich mal die Frage, warum glaube ich von mir selbst, dass ich nicht 0,3 besser sein kann. Ja, zum Beispiel 1 Punkt. Warum kann ich nicht um 1 Punkt besser sein in jedem einzelnen Fach? Und dann guckt mal die Sachen an, die da hochkommen. Ah ja, weil ich bin in Mathe zu schlecht. Ah ja, weil die Lehrer geben mir nie die Noten. Ah, ich hatte aber noch nie solche guten Noten. Einsatzschüler sind bestimmt total voll doof oder was auch immer. Und genau die Punkte, die da hochkommen, überlegt euch die mal, ob das wirklich, nicht nur in eurem Denksystem, sondern wirklich grundsätzlich in der Realität, Gründe sind, warum ein Schüler nicht da hinkommen sollte. Ja, weil dann wirst du merken, in den allermeisten Fällen ist das überhaupt nicht so. Es ist kein grundsätzlicher Grund zu sagen, oh, ich glaube, ich kann in Mathe einfach nicht besser werden. Es haben sich schon so viele Folien in Mathe verbessert, warum soll es nicht auch du werden? Und kleiner Tipp, jeder, dem ich das sage und der dann sagt, nee, nee, ich nicht, checkt gar nicht, wie viele Leute mir schon gesagt haben, nee, nee, Leo, du verstehst nicht. Bei allen anderen sagen vielleicht, sie können sich nicht in Mathe verbessern, aber ich kann es wirklich nicht. Glaubst du ehrlich, dass du die eine Schneeflocke bist, die so einzigartig und besonders ist, dass sie komplett anders ist als wir alle anderen? Nein. Ja, deswegen überleg dir wirklich, ist es ein valider Grund, zum Beispiel, weil du sagst, ich mache superintensiven Sport nebenbei und ich kann einfach nicht die Zeit investieren. Ja, das ist zum Beispiel ein valider Grund, wo du sagst, da wird es vielleicht einfach schwierig. Wir haben immer noch schauen, was man an der Lernstrategie und am Lehrerverhältnis verbessert, um die Noten noch ein bisschen zu pushen, aber da wird es halt zum Beispiel wirklich schwierig. Aber das ist halt eine Ausnahmesituation. Und da merkt ihr schon, das trifft auf die wenigsten zu. Ja, deswegen frag dich wirklich, was hält mich eigentlich wirklich davon ab? Schau dir das genauer an und in den meisten Fällen kannst du dann auch noch einen Ticken höher gehen. Wie gesagt, wenn du jemand bist, den Ziele und die eigenen Erwartungen generell unter Druck setzen, das ist auch ganz krass wichtig zu verstehen, dass dann auf einmal irgendwie man in den Klausuren Prüfungsangst bekommt, Blackouts hat und auf einmal die Note schlechter wird, obwohl man bessere Noten haben möchte, dann natürlich da auch gern vom Ziel ein bisschen weiter runter gehen. Einfach damit ihr euch, damit ihr nicht dieses Negativ-Effekt reinbekommt. Jetzt für diejenigen, die so, sag ich mal, 2,0 bis 1,5 sind und dann 1,4, 1,3 habe ich denke, diejenigen, die in den Top, also zwischen 1,3 und 1,0 haben, bei euch sind die Unterschiede so marginal. Ich denke, da habt ihr euren Traumstudiengang und da werdet ihr sowieso alles reinhauen, was ihr habt. Deswegen für euch keine Empfehlungen mehr, aber jetzt für diejenigen, die so zwischen 1,3 und 2,0 sind, was ich jetzt wirklich in den DMs reihenweise bekomme, ist wirklich Verbesserungen von 0,3 bis 0,4 in einem Halbjahr. Also das ist, denke ich, auf jeden Fall was machbar ist. Das ist auch ganz wichtig, das bedeutet nicht, nur weil ich sage, dass das machbar ist, heißt das nicht, dass das auf jeden Fall so kommt, wenn ich ein bisschen mehr anstrengenke, sondern diejenigen, die das schaffen, die hauen schon wirklich mehr rein und die beschäftigen sich auch mit, nicht nur mit mehr machen, sondern auch mit den Inhalten oder sind bei uns im Coaching oder wie auch immer. Das heißt, die verstehen, wie funktionieren die Lernstrategien, worauf muss ich in der Prüfung achten, was wollen die Lehrer hören, wie kann ich auch dauerhaft einfach meine Ausdauer hochhalten, all solche Themen. Das heißt, das erfordert nicht nur, dass du mehr machst, sondern auch, dass du strategisch mehr darum verstehst, wie man sehr gute Noten schreibt. Aber wenn du das beachtest, dann auf jeden Fall 0,3, 0,4 besser. Ansonsten habe ich aber auch natürlich schon auch zum Beispiel, Fee hatte ich ja glaube ich in einem anderen Video auch erzählt, eine unserer Coaching-Fannehmern vor einiger Zeit, sie ist einfach innerhalb von einem Halbjahr von 2,0 auf 0,9 Schnitt gegangen und hat davor auch alles rein investiert. Da merkt ihr halt wieder, was halt Coaching ausmacht. Manchmal steckt die Person schon 100% rein, nur auf eine falsche Art und Weise. Wenn du dann über ein Coaching natürlich die Art und Weise verdrehst und dann funktioniert es halt, dann kann es sein, dass auf einmal richtig krasse Ergebnisse reinkommen für halt auch diese sehr krasse Motivation und Leistung, die vom Schüler selbst investiert wird. Und deswegen, das nur so als grober Rahmen, das heißt, auch mit YouTube-Videos und mehr Anstrengung, kann denke ich 0,3 bis 0,4 auf jeden Fall passieren. Über das Coaching ist vieles möglich. Also ich sehe es, ehrlich gesagt, auch möglich. Hatten wir es natürlich noch nicht. Ja, so einen extremen Fall hatten wir noch nicht. Aber in meinen Augen kann ich mir definitiv vorstellen, dass irgendwann jemand in unser Coaching kommt und sagt, der hat 3,7 Schnitt und keine Ahnung, hat dann im nächsten Halbjahr eine 1,3. Also das sehe ich nicht als unmöglich. Es muss halt dann nur einfach eine Person sein, die einfach sagt, ich will es zu 1000% mehr als alles andere. Und dann kann es funktionieren. Auch nicht sicher. Ja, es gibt auch immer noch äußere Faktoren. Aber es wäre auf jeden Fall möglich. Deswegen achtet ein bisschen auf euch. Zum einen zusammengefasst nochmal, wie, was seid ihr für ein Persönlichkeitstyp? Pushen euch große Ziele oder setzen euch eher unter Druck? Dementsprechend höher oder niedriger die Ziele ansetzen? Wenn du so im schlechten Bereich bist, überlegt ihr, liegt es an der Lernstrategie oder dass ich es einfach wirklich nicht verstehe, dann vielleicht lieber ein bisschen moderatere Ziele setzen. Wenn du merkst, hey, ich war einfach nur Foul, ich will richtig Gas geben, dann setzt ihr gerne richtig, richtig große Ziele. Wenn du so 2,0 bis 3,0 bist, stell dir vor allem die Fragen, warum denke ich, dass ich von dem Ziel, was ich mal einsetzen wollte, nicht noch 0,3 besser sein könnte? Und überlegt, dann kannst du nicht das wirklich auch auflösen, weil dann kannst du vielleicht auch ernsthafte Sprünge in den 1er-Bereich reinmachen. Und für diejenigen, die sowieso schon 2,0 bis 1,3 sind, an euch kann ich einfach nur empfehlen, 0,3 bis 0,4 ist auf jeden Fall machbar, wenn man wirklich extrem ambitioniert ist und auch ein bisschen was an der Strategie verändert. Und diejenigen, die schon besser als 1,3 sind, ich denke, bei euch geht es eh um 0,1 und da wünsche ich euch das Allerbeste. In dem Sinne, denkt dran, ich glaube auch nicht, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leo. Dein Leo. Untertitelung des ZDF für funk, 2017